Seit drei Jahren gibt's keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaub nicht daran. Ich hab draußen Vogel gesehen. Der Vögel nicht gleich, hab ich noch wie wir. Siehst du, das ist ein Zeichen. Was ist, wenn's da oben nicht besser ist? Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter. Fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Los, Leonie. Fahr los! Ich hab Rauch gesehen, ungefähr drei Kilometer in diese Richtung. Ich tu dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Die Sonne wird dich verbrennen. Die Sonne wird dich verbrennen.